Na, du kleine Muckelmaus, herzlich willkommen. Wir machen heute nicht mehr viel, ne? Nein. Alles gut. Kleiner Mini-Check gleich nochmal. Mini-Armbrot. Dann kannst du erstmal Schlufchen machen, ne? Die Stelle da auf deinem Kopf gucken wir uns nochmal ein bisschen an. Gut, da hattest du ein Aua, das ist schon wieder gut, ne? Okay. Nicht erschrecken, gleich kommt nochmal die Greifhand. Einmal durchgucken. Guten Morgen. Na, bist du auf deine Cushy-Sachen raufgeklettert, ja? Super, prima, klasse, fein. Und da haben wir ein paar feine Nachtkackis. Okay, mein Süßi. Dann gibt es jetzt ein Frühstück. Ein Frühstück gibt es für dich jetzt. Hast du die anderen schon ein bisschen gehört, ja? Prima. Okay. Schauen wir mal, ne? Lecker kleine Körner gibt es jetzt. Köstlich, köstlich. Dann ziehst du nachher nochmal um. Ja, brauchst ein bisschen mehr Platz. Gut, geht gleich los. So, kleine Muppe-Maus. Jawohl. Warte. Eine kleine Verpackung machen wir. So, guten Appetit, mein Sissi. Prima, Mastu. Ja, wir sehen uns, dass wir das nicht. So, danke. Wir sehen uns, dass wir uns in der Körner verraten. So, wie wir uns in der Körner verraten. So, wenn wir uns in der Körner verraten, Bist du ein starker Kük, ein starker Piepskük, was auch immer da für ein Abba auf deinem Kopf war, ne? Oh, sieht aber ganz schön glatzig aus. Halleluja. Aber ist schon wieder heile. So mein Süßbär, wenn du jetzt gerade mal hier so schön bei mir sitzt, dann können wir gleich mal den Rest ein bisschen gucken, ne? Das sieht gut aus. Flügel Nummer 2 auspacken, bitte. Ich lass mal da unten los. Der sieht auch gut aus. Ich mach den noch mal kurz. Okay. So. Ne? Willst du da mal reingucken? Hallo. Ich bin Bridge Tee. Jawollstens. Gekommen, um groß zu werden. So. Ne, 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 ne. Jack ist noch nicht ganz fertig. Jetzt kommen erst mal die Fussis. So. Kommen wir her. Einmal fest. Jawohl. Und auch. Okay. Nicht erschrecken. Muss dich einmal drehen. Einmal den Popo angucken. Sehr schön. Das war's schon. Das war's schon. So. Jetzt mach ich schnell dein kleines Hütchen noch mal sauber. Und dann gehst du da noch mal zwischen kuscheln, ne? Ja, die Süßi. Hast du toll gemacht.